Was geht YouTube? Marcel, zu dem Skorpion ist Beck am Start hier für euch und ihr werdet euch jetzt so fragen, Alter, was geht denn mit dir ab, Digga? Was machst du denn hier auf Antons Kanal, du Knecht? Ja, ich bin heute mal ein bisschen zu Gast hier am Start, ich erkläre euch mal ganz, ganz kurz, warum. Und zwar der Anton, ne? Der kleine Anton hat es geschafft. Und zwar, wir haben eben gerade geskypt und er kommentiert seine Gameplay-Same mit seinem Turtle Beach PX21 Headset, ja? Link zu diesem Headset ist auch in der Videobeschreibung, falls ihr euch dafür interessiert. Das ist eins der besten Headset, was es gibt und ich sag das jetzt nicht für mich, nein, das ist nämlich Antons Link. Am Ende verdient er das Geld daran, was ich gerade sage, nein, Spaß. Auf jeden Fall, er hat so, ich kann es gar nicht nachmachen, auf einmal kamen nur so komische, kranke Geräusche von ihm. Die hattet so, Anton, was ist los, Anton, Anton, hallo, Anton. Und man hat nichts mehr von ihm gehört und zwar hat sein scheiß Headset jetzt aufgegeben, ja, es hat er aufgegeben, es ist tot, Alter. Hey, Mann, auf jeden Fall bin ich dann heute mal hier back am Start für euch. Weil ihr wisst ja so, Anton und ich sind ja so die besten YouTube-Bros, die man sich eigentlich so vorstellen kann. Dann hat er gesagt, Marcel wird so kurz ein Video für meinen Kanal machen und dann dachte ich mir so, komm. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, warum das Video genau heute kommt, ja, und zwar ab morgen wird Anton wieder selbst Videos machen können. Und zwar ist er wieder mal bei mir zu Gast, bei Marcel Skorpchen. Und zwar wird er bei mir sein und wir werden auch einen 24-Stunden-Live-Stream starten. Aber bevor ich jetzt hier erstmal weiterrede, ganz kurz, was ihr heute im Hintergrund mit euren wunderschönen Augen zu sehen bekommt. Und zwar ist es ein 143 zu 1 Gameplay auf dem Abraid. Ja, habe ich selbst erspielt und zwar in Multiteam-Abschluss, ne, in Multiteam-Stellung, genau, Multiteam-Stellung. Und was ich dazu sagen wollte ist, erstens natürlich, Antons Gameplays sind so ultra krass. Meinen sind zwar auch nicht schlecht, aber da musste ich ja natürlich direkt das Beste mitbringen, was ich so hatte. Und zwar ist das eigentlich mein bestes Gameplay, glaube ich, 143 zu 1. AN94 mit Nuklears natürlich auch dabei. Und das Witzige ist, als ich das Gameplay erspielt habe, war Anton das letzte Mal bei mir und saß einfach mal, er saß neben mir. Und habe mir einfach zugeguckt, wie ich dieses Gameplay erspielt. Auf jeden Fall relativ witzig, würde ich sagen. Ich habe hier alles gemacht. Er so, ey, Marcel, rennt da und dahin. Ich so, ja, okay, rennt da und dahin, ja, okay. Er hat mir so richtig so die Tipps gegeben. Deswegen ist quasi sein Herz auch mit diesem Gameplay mit dabei. No homo und, ähm, ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Ja, und zwar der Anton, der wird mich ab morgen, habt ihr gehört, wie meine Stimme gerade abgekackt ist? Ich bin noch krank, ne? Ab, ab, ich bin behindert, äh. Ab morgen wird er mich besuchen wieder, bis Ende der Woche. Und wir haben jetzt vor am Wochenende, erinnern, 24 Stunden Stream zu starten. Alles weiter wird natürlich hier in Informationen kommen und so weiter. Und wir haben natürlich noch einiges mehr vorbereitet. Also wir werden wahrscheinlich einige Videos zusammen machen, weil wir werden natürlich, wir nur schwitzen und, na, ich wollte schwitzen und ritzen sagen. Hört sich an wie so scheiß Emo-Connections, Alter, nein, natürlich nicht. Und, ähm, ne, der Anton, der ist echt, also der fährt jetzt am Dienstag wahrscheinlich, also vielleicht auch erst Mittwoch zu mir. Und, ja, wir chillen dann auf jeden Fall die ganze Zeit, werden Videos machen. Und er wird dann erstmal mein Headset und mein Mikrofon benutzen können für seine Commentaries. Und deswegen bin ich heute hier, wie gesagt, am Starten. Ich finde das relativ witzig, muss ich mal vielleicht dazwischen erzählen, weil, Anton und ich haben ja so viel auf YouTube, ich denke, ich denke mal deswegen, Alter, wie ich gerade geredet habe, ich denke, ich denke, ich denke, ich bin behindert. Ähm, da habe ich mir so gedacht, Marcel, wenn du jetzt ein Video auf Antons Kanal machst, wie viele seiner Abonnenten werden dich wohl kennen? Das ist auch eigentlich ziemlich witzig, oder? Weil, ich gehe davon aus, dass fast alle, also ich ganz ehrlich, eigentlich müssten fast alle von euch mich kennen. Deswegen werden sich vielleicht einige von euch jetzt auch freuen. Andere werden wahrscheinlich so denken, boah, ich will doch nicht was zählen auf Antons Kanal. Du bist so ein Bastard, Alter. Ne, auf jeden Fall. Ne, so ist das ganz, ey, meine Stimme kackt, glaube ich, gleich ab. Ich werde wahrscheinlich gleich live abkacken. Ne, deswegen finde ich das relativ witzig mal. Es ist zwar vielleicht das ähnliche Publikum, aber einfach mal ganz lustig auf dem anderen Kanal so zu sein und das Ganze. Und ich denke mal, ihr müsst jetzt wegen jetzt das Video und nicht disliken. Ab morgen wird Anton natürlich wieder mit seiner wunderschönen Stimme für euch da sein. Wird euch ins Ohr singen. Das Spaß, aber ohne Scheiß, ihr wisst, was ich jetzt meine, weil es ist halt echt so, ne? Ich meine, ich sitze hier jeden Tag, mache meine Commentaries für meinen Hauptkanal. Der ist natürlich auch in der Beschreibung. Ich bin mal so gespannt, ob ich ein paar Abonnenten dadurch bekomme, weil ich gehe davon aus, dass die meisten wahrscheinlich mich schon längst abonniert haben. Es geht einfach ganz daran, ja, wir haben hier so eine sehr ähnliche Zielgruppe, Anton und ich. Und deswegen denke ich mal, wird das Ganze auch so sein. Außerdem gehen wir unseren Weg gemeinsam mit YouTube ja schon seit, was weiß ich, wie lange, Alter. Deswegen, ich kann es eigentlich, ich ganz ehrlich, Leute, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass mich hier irgendwer jetzt abonnieren wird. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen. Ich meine, so ist es natürlich nicht. Aber ich würde jetzt hier keine Werbung machen, sondern ganz einfach mal so erzählen, wie es als YouTuber so ist. Weil man macht einfach immer die Videos für seinen Kanal, für seinen eigenen Kanal. Jeden Tag auf einmal macht man für so einen anderen Menschen so einen Video. Und denkt man sich so, what the fuck? Und dann auch so ein Biest hier, wo ich so ein krasses Game-To noch mitbringen muss. Das habe ich auf meinem Kanal im Übrigen schon einmal verwendet, vor, glaube ich, zwei Monaten oder so. Und Anton und ich sind ja echt sehr, sehr gute Freunde geworden durch YouTube. Also eigentlich fast perfekte Freunde sozusagen, ne. Und dann kommt er jetzt wieder zu mir. Ich freue mich schon sehr, sehr, sehr... Ey, ich mache wieder dieses sehr, 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 ne. Gut, das ist ein Running-Gag für Abonnenten von meinem Kanal. Auf jeden Fall richtig witzig. Und, ähm, ja, ich denke mal, das kann ich ja relativ kurz halten, das Gameplay-Kommentary hier. Weil ich denke, man muss sich jetzt nicht irgendwie alles erzählen und so weiter. Gameplay ist ziemlich krass. Und, Leute, es ist so komisch hier zu kommentieren. Obwohl es genau das gleiche ist wie sonst. Obwohl ich genau das gleiche Mikrofon von meiner scheiß Fresse stehen habe wie normalerweise. Ist es trotzdem irgendwie ein bisschen was anderes. Und, ja, ich wollte euch einfach ein paar Informationen geben, dass der Anton mich besucht. Und dass sein Headset zur Zeit halt, wie gesagt, im Arschloch ist. Und ich deswegen dieses Video hier für ihn mache. Und dann wird auf jeden Fall die Woche einiges zusammenkommen. Freut euch drauf, Leute. Und wenn ihr euch das Video kurz unterhalten konntet, würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Haut den Like-Button mal rein, bewerten und kommentiert nicht vergessen. Mein Kanal ist in der Videobeschreibung, falls ihr mich echt noch nicht kennt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.